die märkte weiterhin wahnsinnig stark wenn man sich das anguckt zumindest mal hier im großen bild dann kann man eigentlich gar nicht erkennen dass irgendwie was doof sein sollte und selbst im kurzfristigen im fünfminuten chart wir werden es uns gleich genauer angucken sieht das super stark aus ich habe mir heute natürlich wie so häufig das video von meinem geschätzten kollegen marcus fugmann angeguckt liebe grüße marcus falls du das hier sehen solltest und ich kann das so nachvollziehen was er sagt dass es so sehr droht dass der kurs nach unten geht und dass das fundamental so viele gründe dafür gibt und viele von euch wissen dass ich ja mit dem dr jörg rahn der selber multimilliarden verwalten muss und selber konjunkturzykliker ist er sagt uiuiui das sieht alles nicht gut aus für großen player im markt wir haben nicht den richtigen mut für die long seite einzig die marktteilnehmer in der summe und dabei ist nicht unterschieden wer jetzt an welchem hebel da gerade saß die marktteilnehmer von ihren aktionen lassen es aktuell nicht vermuten also ich kann mir das sehr sehr gut vorstellen dass das böse ende noch kommt charttechnisch ist es aktuell allerdings überhaupt nicht erkennbar im gegenteil der da zum beispiel hier ym das ist der future da drauf der ist in der abwärtsbewegung hier auf tagesebene ganz klar korrektiv das ist ganz klar ein zeichen für eigentlich nicht die haupttrend richtung eigentlich nicht das was wir idealerweise haben und dementsprechend eigentlich ein zeichen dass es weiter nach oben gehen sollte und ein möglicher trigger in der charttechnik ist das letzte zwischenhoch da sind wir beim dow jones gar nicht mehr so weit entfernt und wenn ihr hier im fünfminuten chart guckt wir sind ja schon wieder tapfer auf dem weg nach oben zwar so ein bisschen zögerlicher das ganze aber er strebt diese marke nun mal an jetzt kleiner hinweis kleiner spoiler für alle die sagen ja damit ist bewiesen dass es nach oben geht nein es gibt so ein verhaltensmuster eines leading diagonals das könnte sowas hier in der richtung sein einzig die wahrscheinlichkeit für die existenz ist nicht so sehr hoch im nachhinein werde ich euch möglicherweise sagen war doch eins dann habe ich im nachhinein recht allerdings ich als händler natürlich im vorhinein auch nicht weil die dinge handel ich nicht im vorhinein entweder sehe ich das als eine klare bewegung dann handel ich sowas aber leadings sind extrem verwechselbar mit korrekturmustern und dementsprechend ist das etwas was für mich entsprechend nicht das haupt ding ist das heißt die aufwärtsbewegung die wir jetzt hier haben nicht irritieren lassen vom nachladen die aufwärtsbewegung die wir jetzt hier haben die ist sehr sehr klar dynamisch nach oben und sie ist sozusagen das gegengewicht hier dieser abwärtsbewegung wir haben immerhin den trendkanal nicht kanal ist es nicht aber die obere trendlinie nach oben verlassen also das sind alles irgendwie indizien dafür dass der markt einfach keine schwäche will er nimmt angebote auf der schwachen seite einfach nicht wahr er sagt sich nee geht mich nichts an ich bleibe hier auf der bullischen seite ich habe es euch eben angedeutet hier im kürzerfristigen chart ist immer noch die aufwärtsbewegung die stärkere also ihr seht der markt hat noch nicht wirklich das interesse hier für die abwärtsseite gefunden er wackelt immer mal wieder nach unten geht dann aber letztlich dann doch immer wieder in die fortsetzung nach oben also es spricht immer noch dafür aufwärtsseite jawohl abwärtsseite ist aktuell offensichtlich kein thema allerdings und das ist der vorteil einer solchen widerstandsmarke und so einer vielleicht entscheidenden marke hier wird dann wirklich der lackmus test sein ob die marktteilnehmer dann sagen ja jetzt erst recht oder ob sie dann spätestens hier oben dann tatsächlich abprallen zumindest mal für den dow jones ist das eine marke die da eben entsprechend noch auffällig ist für diejenigen die jetzt intraday unterwegs sind also im ganz kurzfristigen da sei der hinweis gegeben solange wir hier die aufwärtsrichtung fortgesetzt haben und nur wackelig so wie hier dreiwellig nach unten gehen auch hier so was dreiwellig nach unten da muss man schon ein bisschen genauer hingucken aber hier runter gehen ist erstmal alles in ordnung suchen wir mal ein bisschen ran dann können wir vielleicht ein bisschen mehr sehen also ihr seht hier im kleinen hier schub nach oben dreiwellig abc nach unten und ihr erinnert euch abc das sind triggermarken hier diese stellen hier für die long seite das ist nicht immer so schön das ist jetzt ein sehr schönes verhalten hier also wenn ihr euch das anguckt hier wunderschöner schub hoch ganz klar abc und trigger hier an der stelle und dann entsprechend die fortsetzung hier haben wir das im kleinen das ist mir aber persönlich zu klein also wenn ich das hier verpasse so eine situation hier ich habe fünf minuten oder welche zeit auch immer handeln will wir sind nicht so häufig auf fünf minuten unterwegs aber wenn wenn man sowas hier eben als einstieg sieht und man verpasst das dann ich wäre jetzt hier hinten nicht mehr reingekommen weil mir diese rücksetzer einfach zu klein sind aber ihr könnt euch merken scharfe bewegungsrichtungen wackelig also mit mehreren kursüberschneidungen oder dreiwellig abc wichtig ist noch dass die korrektur nicht zu klein nicht zu groß ist was ich immer ganz gerne zeichne ist so die fibonaccis und dann denkt ihr immer so dran irgendwo in dem bereich 38 bis 61 8 irgendwo in diesem bereich kann ein bisschen höher ein bisschen tiefer sein aber immer dran denken das sollte dreiwellig da rein laufen dann ist das gut als ihr seht hier haben wir die situation eigentlich ganz passend wenn wir sowas später wieder kriegen also es gibt es ja in der größeren ebenen auch dass wir dann sagen okay dann lasse ich nachhalt jetzt hier irgendwie mal sowas machen also das ist jetzt fantasie das weiß ich nicht ob das genauso kommt aber anschließend gibt es wieder eine theoretisch eine hbc bewegung hier oder dreiwellige bewegung hier oder von mir aus auch mehrmals mit überschneidung dann wären das abermals möglichkeiten hier die trendrichtung ebenfalls noch mal zu nehmen also wichtig ist dass die gegenbewegung schwach bleibt anders wird es wenn der kurs steil nach unten geht dann erstmal nicht die long seite das heißt so wie hier da hätte ich jetzt gesagt wenn es wackelig hoch geht short sogar gut es ist nicht wirklich wackelig hoch hat auch hier nicht wirklich was getriggert in dem bereich aber hätte sein können dann wäre ich auf der short seite gewesen so das kann aber ja jederzeit hier wieder passieren das heißt wenn hier eben nicht so was passiert oder von mir aus auch dreiwellig dreiwellig sieht so aus dreiwellig passiert sondern eben so etwas passiert und umgekehrt dann dreiwellig die aufwärtsrichtung ja das ist dann eben das short zeichen im moment ist es aber nicht zu sehen warum nicht weil wir im moment noch sehr stark nach oben sind also für alle intraday freunde im moment eher noch die aufwärtsseite achtet drauf wenn es mal schub nach unten gibt und wackelig nach oben das wäre dann die entsprechende umkehr für den nachmittag auf tagesebene oder im vielstunden chart wird das natürlich eine weile dauern also das werden wir wahrscheinlich erst dann morgen oder die nächsten tage besprechen können wenn es dann auftritt also im kleinen könnt ihr so erste vorboten vielleicht erkennen wenn es dann so aussieht solange das nicht der fall ist einfach davon weiter ausgehen dass die bewegung vorläufig nach oben die bessere die stärkere ist die wir jetzt hier haben wenn auch nicht mehr ganz so perfekt denn ihr seht dass wir hier im etwas größeren rahmen man sieht es ja auch vielleicht im vier stunden oder ein stunden chart oder viertelstunden chart sucht euch da was schönes aus so ein bisschen der schwung nachlässt also wahrscheinlich diese marke unter einem gewissen fragezeichen steht was machen die kollegen gucken wir mal auf s&p 500 hier ist das grundsätzliche bild schubrichtung dreiwelligkeit hier immer noch gegeben oder von mir aus auch mehrfach wenn man sagt dieses hier und dieses aber auch die sind überschneidend also insofern das wird nicht weniger impulsiv und immer dran denken so das erste mindestziel ist das was ihr hier vorne habt wenn das die erste welle ist ist sie das muss ich zugeben nie also aus meiner sicht nicht so sehr aber wenn dann wäre das eins zu eins verhältnis immer eine ganz gute orientierung also dass die ähnlich groß sind das muss nicht perfekt sein aber ist eben relativ häufig der fall was habe ich jetzt gerade gesagt ist es die erste welle oder nicht der kurs kam eher von unten das könnte man so ein bisschen grob abschätzen indem ihr das ende des anstiegs guckt und den anfang des anstiegs guckt und dann könnt ihr gucken welche dieser marken dieser horizontal marken wurde zuerst durchschritten diese hier also kam der kurs eher von unten dementsprechend ist das nicht die erste also nicht zwingend die erste es kann natürlich die erste sein eines kleineren grades aber jetzt wird schon kompliziert das will ich euch nicht zumuten wenn ihr euch damit nicht so intensiv beschäftigt aber als grobrichtung wisst ihr trotz alledem auch wenn es nicht die erste welle ist das ist ein zeichen dass die aufwärts seite vorläufig die tendenziell bessere ist denn ansonsten würden solche obermarken dann hier nicht wieder getriggert eigentlich wäre das hier sogar letztes tief vorletztes tief das war eigentlich der trigger dafür hier haben wir ebenfalls einen gewissen widerstand noch voraus das ist die fallende trendlinie also ein bisschen platz bis dahin haben wir noch da wird dann entschieden ob dann vielleicht sogar doch ernst gemacht wird mit der bullischen seite der vergleichbare trigger der ist allerdings noch ein gutes stück entfernt 4333 hier der würde dann wirklich auch die letzten bären wahrscheinlich mehr oder weniger zwingen ernsthaft über die bullische seite ob man mag oder nicht nicht sich mit dazu zu gesellen weil die aufwärts richtung dann eben dann doch die stärkere ist wer mir ganz gut gefällt aktuell ist der nasdaq zumindest mal hat der nasdaq future hier so halbwegs eine abwärts richtung die aber korrektiv aussieht ihr seht das das sieht nicht impulsiv aus gegen bewegung gegen gegen hier so das macht alles nicht so den richtig guten eindruck allerdings habt ihr hier jetzt einen starken anstieg also wenn ihr dieses video zeitnah euch anschaut und vielleicht selber ein bisschen auf die märkte noch guckt achtet drauf ob wir irgendwann ich weiß nicht wie lange diese bewegung noch geht die kann sofort aufhören kann aber sein dass sie noch weiter läuft aber wenn die das nächste mal in die gegenrichtung geht achtet drauf vielleicht wird es drei wellig dann habt ihr das als ein trigger vielleicht wird sie mehrfach wackeln wobei das kursüberschneidung hat also auch korrektiv ist dann habt ihr das als ein long trigger vielleicht habt ihr aber auch so eine bewegung und ihr wisst ich habe keine ahnung welche von denen das wird viele sagen immer du musst doch vorhersehen können nein ich weiß das auch nicht aber ich weiß jetzt haben wir die starke auf der abwärtsseite und das kann man relativ leicht wo soll ich jetzt den trigger da anlegen gibt es keinen also insofern also wenn ich sowas hier zum beispiel habe so in dieser richtung also das so einigermaßen vergleichbar ist dann habe ich auch kein trigger das heißt spätestens dann ist meine long seite erst mal kaputt die long idee vorläufig kaputt wenn wir dann sogar korrektiv bekommen habe ich sogar eine tolle short idee wenn wir aber umgekehrt wieder das bekommen dann springe ich wieder auf die long seite warte auf die nächste korrektur und wenn ihr sagt dann verpasst du aber zwischendurch immer bewegung die man vielleicht hätte nutzen können das richtig da ich die aber nicht vorhersagen kann muss ich auf die leider verzichten also insofern weil ich die eben nicht vorher sehe wir sind ja keine wahrsager hier oder weißsager oder glaskugel gucker oder manch einer sagt immer charttechnik ist knochen lesen oder oder kaffeesatz lesen oder sowas in der richtung na eigentlich stimmt das nicht das ist eigentlich lesen wir das verhalten der anderen marktteilnehmer und mischen dann ungefähr so wie die marktteilnehmer das machen mit das heißt man guckt so ein bisschen rechts und links ja jetzt sind sie alle ruhig hier bin ich auch mal ruhig oder oh jetzt jubeln alle oder jubel ich auch mal mit ja so in der richtung also wenn man nicht so genau weiß was hier als nächstes kommt dann einfach mal gucken was machen die anderen und dann mit heulen und dementsprechend achte ich da drauf und dieses drauf achten das ist eben zum beispiel dieses unterscheiden dieser marken also viel weniger viel einfacher als irgendwelche komischen indikatoren die gibt es natürlich auch die kann man vielleicht auch sinnvoll verwenden ich bin kein so großer freund davon weil es also warum müsste ich jetzt länger erklären aber sind halt ziemlich intensive mathematische ableitungen ob das wirklich hilfreich ist zu erkennen wie die situation aktuell aussieht ist mal dahingestellt aber man kann relativ leicht schon alleine am kauf und verkauf verhalten der marktteilnehmer erkennen ob das eher die eine oder eher die andere richtung ist und denkt man an euer eigenes training trading meistens reichen schon kleine abweichungen zu euren gunsten aus um euer trading ergebnis massiv zu verbessern wenn ihr die drei dürften trades eure letzten trades wegschneiden dürftet aber vielleicht ein oder zwei gute trades hinzu das ist nicht viel unterschied könnte ich mir vorstellen ist bei vielen schon ja dann wird es positiv das ist also relativ häufig festzustellen das phänomen so in diesem sinne hoffe ich dass ihr damit ganz gut klar kommt letzter abschließender blick auf den dax der dax index nach wie vor weiter relativ stark auch wenn das jetzt nicht mehr ganz so deutlich aussieht also wir sehen dass auch der dax das ist jetzt hier der future in so dieser letzten instanz ähnlich wie die amerikaner jetzt so ein bisschen mühsam wird wir sehen dass er also nicht mehr so viel vortrieb hat das ist häufig etwas was am ende einer bewegung steht also ich muss ganz ehrlich sagen in dem etwas größeren also in fünf minuten hatten wir angeguckt diese starken bewegungen aber in diesen so mehr stunden chart hat man den eindruck dass die indizes insbesondere der dax jetzt hier in diesem fall aber der jones und war also auch relativ deutlich ähnlich nach oben hin einfach schwung verlieren und dementsprechend rücksetzer vielleicht der kleineren art vielleicht aber sogar ich würde mich nicht wundern der größeren art das werden wir noch abwarten müssen aber das wohl vor uns haben wer also diesen nicht miterleben möchte und im zweifelsfall angst hat dass es nicht bei diesen kleinen rücksetzern bleibt der sollte natürlich anfangen die stops irgendwie auf die zwischentiefs hier hinterher zu ziehen und zu sagen wenn es noch läuft da bin ich noch drin ja wenn nicht dann fliege ich halt raus meine güte aber damit habe ich ein gutes stück risiko erstmal hier raus genommen und im zweifelsfall versuche ich halt irgendwo wieder rein zu kommen wenn der markt dann halt doch weiter läuft was nicht auszuschließen ist aber so langsam aber sicher solche rücksetzer eben mal realistischer werden so in diesem sinne hoffe ich dass ihr damit was anfangen könnt dass ihr schon ein bisschen inspiration habt für den heutigen nachmittag oder für die nächste tagesplanung euch alles gute und liebe grüße